Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moonpride Podcast Folge Nummer 3 mit den beiden Folgen Akt 3 und Akt 4 zu Sailor Moon Crystal natürlich und die Moderatoren sind wie immer Sailor Cat und Hearts on Fire, Hearts on Fire, Burning, Burning with Desire, das Mad Eye. Also ich hätte ja eher gesungen, this girl is on fire. Das ist voll naheliegend, aber das haben andere schon gemacht, die über diese Folge gesprochen haben, deswegen habe ich mir das jetzt verkniffen. Tja, jetzt habe ich es auch gemacht, da habt ihr es. Genau, also Fragen haben wir glaube ich keine, deshalb fangen wir doch gleich mal an mit Akt Nummer drei, der da heißt. Re Sailor Mars. Genau. Willst du nicht noch den japanischen Titel sagen? Ja, das ist natürlich der gleiche. Es gibt aber noch Unterschiede. Ich wüsste, bei der nächsten Folge gibt es glaube ich einen Unterschied in den Titeln. Muss ja, weil der deutsche Titel ist Maskenball. Ja, also ich glaube auch bei den späteren Folgen wird es dann Unterschiede geben, aber hier ist er natürlich noch gleich. Ja, es ist auch, also relativ oft gibt es ja auch englische Titel und die sind dann glaube ich auch immer original, aber nicht immer. Okay, wir fangen an im Dark Kingdom. Jedi muss sich ein bisschen Spott anhören von seinen Kollegen. Die werden wir jetzt auch das erste Mal sehen. Genau, jetzt sehen wir quasi die Shitenno-Versammlung, aber sie ist noch nicht vollständig, denn Kunzeit fehlt. Genau, also wir sehen halt dann schon Nephrite und Zeuseit und Zeuseit ist nun endlich auch im Deutschen männlich. Juhu! Ach ja, stimmt, das habe ich doch wieder total vergessen. Ich auch, ich vergesse das auch immer, weil das für mich schon so selbstverständlich ist. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Zeuseit war im Original schon immer ein Kerl. Wobei ich finde, es ist ja auch, also im 90er Anime haben sie das ganze Ding ja nochmal eine Spur weitergetrieben, indem sie ihm auch noch eine Beziehung mit Kunzeit angedichtet haben. Ja, das stimmt. Das ist hier nicht der Fall. Ja, das ist hier nicht, aber er ist trotzdem auch männlich. Aber im 90er Anime war er es eben auch schon. So, ja, Queen Barrel rückt mal ein paar Informationen über den Silberkristall raus, die sich aber zusammenfassen lassen mit Silberkristall, Huiuiui, tolle Energiequelle. Genau. Und wir sehen, sie hat auch eine Kristallkugel. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt im Dark Kingdom halt generell eine Kristallkugel, durch die man Zeug sehen kann. Und die wird einfach von allen benutzt. Ja, wobei die jetzt an einer anderen Stelle ist, als die, die Jedi jetzt schon mal benutzt hat. Weil diese steht direkt neben dem Thron. Okay, vielleicht gibt's auch mehrere. Oder vielleicht ist das Ding beweglich. Keine Ahnung. Naja, aber auf jeden Fall benutzt eben nicht nur Barrel diese Kristallkugel. Sieht die Kristallkugel im Manga eigentlich genauso aus? Oder gibt's die da überhaupt? Äh, die gibt's schon. Ob die genauso aussieht, weiß ich jetzt nicht mehr. Weil ich find's erstaunlich, dass die im Gegensatz zu nahezu allen anderen Dingen im Dark Kingdom nicht dieses relativ cleane, ähm, ich sag mal, ähm, architektonische Design hat. Sondern die sieht irgendwie so wie das 90er Dark Kingdom so organisch aus. Also nicht die Krugel selber, sondern das Ding, auf dem die steht. Das kann sein. Also ich weiß es jetzt nicht mehr, wie das war. Naja, ähm, Jedi bekommt einen neuen Auftrag. Er soll jetzt nicht mehr den Silberkristall suchen, er soll jetzt bitte ein paar Senshi-Köpfe abliefern. Hm, ja gut. Also es wird weniger drastisch ausgedrückt, aber das ist letzten Endes das, worum's hier geht. Ja. So, und dann sehen wir Rey. Genau, die mit einem kleinen Mädchen am Hikawa-Schrein spricht. Und ja, die verabschiedet sich sehr fröhlich. Hm, wir erfahren auch schon den Namen dieses Mädchens. Wie heißt denn das kleine Mädchen? Niii! 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 Ja, ähm, wer das jetzt nicht so ganz verstanden hat. Also das Kind heißt tatsächlich Mi. Ja, ja. Und die Katzen machen auch Mi. Und das ist witzig. Das ist, äh, das war ein Witz aus unserem, äh, Kaguya-Shima-Musical-Podcast, falls ihr den noch nicht kennt. Beziehungsweise auch einfach nur aus dem Musical. Ja, aber im Podcast haben wir es eben auch erwähnt. Weil das Katzengeräusch so nervig klingt, ist es irgendwie so ein kleiner Insider geworden. Ja. Ähm, ja, das kleine Mädchen verabschiedet sich. Was hat eigentlich, was haben eigentlich die kleinen Kinder? Das gibt's in, glaube ich, allen Versionen, also bei Musicals weiß ich's nicht, aber sonst in allen Versionen gibt's irgendwie dieses Thema, dass es kleine Kinder beim Hikawa-Schrein gibt, die da wohl öfter hinkommen und irgendwie, äh, voll dicke mit Rey sind. Stimmt, jetzt wo du so sagst, also bei PJSM weiß ich's auch noch, aber stimmt, im 90er-Anime gab's ja in der vierten Staffel zumindest auch dieses, ähm, Funkelauge. Ja, genau. Ja, stimmt. Keine Ahnung warum. Vielleicht wird Rey dann einfach so ein bisschen so eine mütterliche Seite auch angedichtet, obwohl das eigentlich eher Armies-Ding ist. Mhm. Who knows? Ich weiß auch nicht genau warum. Okay, ich überlege gerade. Ich glaub, direkt am Anschluss an die Szene haben wir das Intro, das ist immer noch dasselbe, also, glaub ich zumindest. Ja, ja, also ich glaube, dass das erste Intro verändert sich nicht. Ich glaub, man hat erst in Staffel 3 angefangen, dass sich das Intro immer ändert. Wieso, das wusste ich noch nicht mal. Ich dachte, die sind immer gleich. Nee, in der dritten Staffel verändert sich das Intro alle paar Folgen und sogar mit einer anderen Songversion. Was mir gerade auffällt, wenn ich nochmal die Abschiedsgeste von Rey sehe. Das ist halt, äh, nee, doch nicht. Ich dachte kurz, sie macht den Vulkan ja Gruß. Okay. Naja, hab mich vertan, alles gut. Ähm, ja, und dann sehen wir einen Bus. Genau, der 6 Uhr Bus des Teufels. Da steht ne 6 und, da steht ne 66 dran und da er halt um 6 Uhr fährt, ne, haben wir dann drei Sechsen. Hm. Das ist natürlich super. Ja, genau, das erklärt uns Klatschtante Umino auch direkt. Ja, der im Deutschen, soweit ich weiß, da auch ziemlich creepy klingt. Ja, das fängt hier schon an. Richtig gut wird das nachher in dieser Videothek-Folge. Ja. Ähm, Usagi kriegt davon aber nichts mit, weil sie pennt und Luna weckt sie. Sprechenderweise. Und das mitten in der Schule. Jetzt steht nicht unmittelbar einer in der Nähe. Trotzdem hätte man das vielleicht hören können, dass die Katze da gerade spricht. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen komisch. Äh, ich weiß gar nicht, was sagt sie denn? Also, ich weiß, dass sie mal kurz sagt, Mädchen stehen auf so einem Gerede. Aber ich glaube, das hat sie im Manga nur gedacht. Oder, ich bin aber nicht mehr sicher. Aber ob sie dann sonst noch was sagt, weiß ich jetzt nicht. Ja, sie sagt nur, hey, Usagi, du musst aufwachen. Wir wollen uns doch nachher noch mit Armi treffen und so. Achso, ja, genau. Dann sagt sie halt, ja, wir wollen uns mit Armi treffen und sie pennt in der Spielhalle. Was, Spielhalle? Yeah. Ähm, und dann gibt es eine Szene, die ich ein bisschen komisch finde. Ich weiß gar nicht, ob die im Manga so ist. Armi steht da und wartet irgendwie. Hat aber Luna schon bei sich. Und hält die so, wie man, glaube ich, Katzen überhaupt nicht halten sollte? Äh, wie denn? Sie hält sie so wie so ein Baby. Keine Ahnung. Also, ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt nicht aus, wie man Katzen halten soll. Und ich weiß auch nicht mehr, wie Armi sie hält. Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist, äh, das gefällt denen normalerweise nicht so besonders. Ähm, meinst du jetzt, dass sie so auf dem Rücken liegt mit den Füßen nach oben, oder? Ja. Hm, naja, vielleicht eher so, man würde sie vielleicht eher so seitlich halten, aber ich glaube, das kommt einfach auf die Katze an. Okay, naja. Dann, ähm, ich glaube, dann wird erst mal gezockt, ne? Ja, genau. Äh, und Usagi spielt, genau, Usagi spielt und gewinnt wieder mal was, nämlich zwei Uhren, die ganz bestimmt keine Kommunikatoren sind. Nein. Aber ich finde es echt beeindruckend, dass Usagi ja wirklich was gewonnen hat und halt nicht, einfach so aus Glück gegen den Automaten tritt wie letzte Folge. Nein, sie ist wirklich in die zweite Ebene gekommen und hat was gewonnen. Level up. Yeah. Gut. Und ich glaube, ich glaube, in Crystal sagt Luna nicht wirklich was dazu, aber im Manga merkt sie dann später quasi so an, dass sie damit was zu tun hat. Ja, das hat sie ja, ähm, im Grunde genommen in der letzten Folge schon gesagt, so, so, wie konnte das nur passieren, dass der Füller da rauskam? Ja, aber ich glaube, hier wird es dann nicht mehr gesagt, aber im Manga schon. Aber auf die Manga-Unterschiede, da kommen wir dann, glaube ich, am Ende noch zu. Ja, dann steigt man in einen Bus. Ich weiß gar nicht, wo wollen die eigentlich ursprünglich hin? Die wollen ja gar nicht zum Hikawa schreien. Wo wollen die nochmal ursprünglich hin? Ich weiß nicht mehr, ob das in Crystal gesagt wird, aber Ami muss zu ihrer Paukschule und Usagi hat gerade eh Zeit und da es in der Spielhalle ohne Ami langweilig ist, fährt sie mit. Ah, okay. Ich glaube, das wird in Crystal nicht so genau gesagt. Ah, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Irgendwas sagen sie auch da, aber, naja, und da treffen sie Rei, also Usagi sieht Rei und ist verliebt. Ja, also, Ami hat ja schon erzählt von dem hübschen Schreinmädchen, das in den Bus mitfährt und Usagi sieht Rei und bekommt tatsächlich Herzchenaugen. Die gab's im Manga auch schon. Die gab's im 90er-Anime auch, aber nur für Haruka und, glaube ich, für Mamoru manchmal. Ja, gut, für Toxidomas natürlich, aber ja. Ja, aber im Manga hat sich tatsächlich diese Herzchenaugen für Rei. Auch interessant. Ich finde die Vorstellung witzig. Ja, aber ich denke mal, das ist halt jetzt nicht so, boah, cool, ich bin verliebt, sondern boah, ist die hübsch und so einfach Bewunderung. Ich glaube, das habe ich eh schon mal gesagt, aber das ist in Japan halt generell üblicher, dass man halt, dass halt Mädchen, andere Mädchen so total verehren, aber halt nicht verliebt sind in dem Sinne. Ich denke da nur an den Liebesbrief aus Your Name. Ja, stimmt, da war was. Wo, ähm, ähm, Mitsuha einen Liebesbrief von einem Mädchen bekommt. Ja, das ist in Japan halt, ähm, etwas üblicher als hier. Aber halt eben auch nicht auf romantische Art gesehen. Okay, ja. Und dann haben wir die erste richtige Begegnung zwischen Usagi und Rei und Rei will Usagi erstmal vertreiben. Ja, denn Phobos und Dimos, äh, im japanischen Dimos ausgesprochen, krechzen so ein bisschen, also das sind ja ihre Raben, und greifen Usagi an, und dann denkt sich Rei, oh mein Gott, eine komische Aura, da hau ich mal mein Bandsettel raus. Sakurio Tai-san! Und Usagi geht davon zu Boden, also das Ding muss aus Blei sein oder so. Tja, vielleicht hat sie es einfach mit einer zündlichen Wucht einfach auf sie draufgeknallt. Tja, das ist Papier. Ja, aber, aber sie, wenn sie da jetzt mit voller Wucht noch reindrückt, und Usagi ist natürlich sehr verwirrt und verliert vielleicht das Gleichgewicht. Moment, nein, sie hat es geworfen. Okay, dann macht's keinen Sinn. Aber, was ich mich auch so ein bisschen frage, warum greifen Phobos und Dimos überhaupt Usagi an? Das hab ich mich schon immer gefragt. Ähm, greifen sie denn an, oder schwirren sie einfach nur um sie rum? Also ich glaube, Rei sagt danach sowas wie, komisch, Phobos und Dimos haben noch nie Menschen angegriffen. Tja, dann, vielleicht, ähm, haben sie gemerkt, bei Anusagi ist erstmal irgendwas. Ja, wahrscheinlich. Also das, das glaube ich auch. Mit der ist irgendwas komisch, die wollen wir doch erstmal vertreiben. Ja, also wahrscheinlich war das wirklich so, aber so ein bisschen komisch fand ich's schon. Ähm, wenn man bedenkt, wer die beiden halt sind, dann macht das nachher überhaupt keinen Sinn, aber das ist Zukunftsmusik. Tja. Da hat man, hat Naoko Takeuchi an der Stelle im Manga, glaube ich, auch noch nicht dran gedacht. Nee, bestimmt nicht. An der Stelle waren's, glaube ich, einfach nur noch, ja, Raben, vielleicht etwas übernatürliche Raben, aber das war's dann auch. Ja. So, dann erfahren wir, Mie ist weg. Genau, und ja, es sind halt durch den 6. Urbus des Teufels schon mehrere Menschen verspunden. Hm, das Dark Kingdom setzt sich fort, unauffällig as fuck. Ja, da sind wir ja wieder die unauffälligsten Pläne ever, nur dass sie diesmal auf Neff, äh, doch? Ne, gehen ja schon, ne, ne, noch nicht, das ist immer noch Jedi's Plan. Hm. Stimmt, stimmt, stimmt. Im Manga ist es sogar sein letzter. Mhm, dazu kommen wir halt auch noch. Ähm, ja, was, äh, wobei der Plan ja hier nicht ist, die Leuten eine Energie auszusorgen, das machen sie zwar, glaube ich, auch, aber er hat ja hier ausdrücklich den Auftrag bekommen, mach mal was und Lock Sailor Kriegerinnen an. Also insofern ist das gar nicht mal so doof. Ja, stimmt. Ja, stimmt jetzt, wo du's sagst. Klar, der will natürlich hier extra Aufmerksamkeit erzeugen, also dann ist es eigentlich doch nicht doof. Also nicht so doof. Wobei, da hätte er auch noch was, hätte er auch was Besseres machen können, ne? Hätte er einfach irgendwo in die Stadt stellen und random Leute umbringen können. Irgendwann fällt das halt auch auf. Naja, aber er hat ja zumindest random Leute entführt. Okay, dann sind wir wieder in der Schule und genau, jetzt wird auch auf die Uhren hingewiesen, die voll cool sind und bestimmt keine Kommunikatoren sind. Ja, ich fand's ein bisschen komisch, dass Ami halt dann so überrascht tut, so boah, wir haben ja die gleiche Uhr. Aber hat dir Usagi nicht die Uhr gegeben? Hast du nicht gesehen, dass Usagi sowieso die gleiche hat? Ja, vor allem, die sind ja beide bei Usagi aus dem Schacht gefallen. Also ich nehme an, sie hat sie eh von Usagi bekommen. Ja, eben. Also es kann vielleicht sein, dass Usagi ihre Uhr ihr gar nicht erst gezeigt hat und dass Ami das nicht so mitbekommen hat. Aber so ein bisschen seltsam fand ich's schon. Aber ich glaube, das war eher im Deutschen, dass sie sich da so gewundert hat. Ich glaube, im Japanischen war sie zwar auch so, cool, wir haben die gleiche Uhr, aber halt nicht so, boah, das wusste ich noch gar nicht. Gibt's das eigentlich wirklich so Arcade-Automaten, wo man Videospiele spielt und auch noch Preise gewinnen kann? Also ich kenne das nur so, dass man dann halt so solche Ticket-Dinger bekommt, also so Papier-Dinger da rauskommen und die kann man dann gegen so Preise einlösen. Ach, das gibt's aber wirklich? Ja, also zumindest in Italien war ich schon öfters in solchen Spielhallen, wo man halt dann wirklich, wo halt dann so Dinge rauskommen und dann kann man die halt gegen so Spielzeug oder was auch immer einlösen. Cool. Sollte man hier öfter einführen. Ja, das bin ich eigentlich auch ganz cool. Lohnt sich wahrscheinlich nicht. Naja, okay, dann sitzt Usagi im Bus. Dam, dam, dam. Jaja, genau. Und da redet sie so ein bisschen mit Luna nochmal drüber. Und ja, plötzlich sitzt Mamoru neben ihr. Und müsste eigentlich sogar gehört haben, dass Luna was gesagt hat, hat's aber anscheinend nicht. Er reagiert nur ein bisschen komisch, sag mal, fühlst du Selbstgespräche oder was machst du da? Ja, genau, also Usagi fragt halt Luna irgendwas und plötzlich fängt Luna halt so panisch an zu miauen. Und Usagi ist halt erstmal so, hä, warum antwortest du nicht normal? Also denkt sie sich und dann sieht sie halt, dass Mamoru daneben sitzt. Was auch immer der hier macht, aber gut, der ist vielleicht auf dem Weg zur Schule oder von der Schule, wer weiß. Oder er findet das Ganze auch verdächtig. Meinst du, das kratzt ihn? Ich weiß nicht. Ich meine, er kommt ja jetzt auch öfter, um Sailor Moon zu helfen. Ja, stimmt schon. Ja, ich weiß nicht. Die Frage hätte man eigentlich auch bei der letzten Folge schon stellen können, was zur Hölle hat Taxidormark da eigentlich gemacht. Ja, stimmt. Also ich glaube, er war zwar anfangs so dieses Dieb, er hatte diesen Diebesplan, aber so mittlerweile will er dann doch irgendwie Sailor Moon beschützen. Ja, mittlerweile, also Abfolge 2. Ja, genau. Und dann erfahren wir auch, dass Mamoru in der Oberschule ist. Genau, wie es im Deutschen dann so treffend gesagt wird, in der Motua-Tabu-Schule. Tja. Ich glaube nicht, dass das die korrekte Aussprache ist. Ja, so ein leichtes Z, glaube ich, kann es manchmal sein, aber halt nicht so eins. Also dann kleine Aussprachepatzer von Sabine Bohlmann. Die sind selten. Naja, gut, aber das, also ich kann natürlich verstehen, dass sie halt japanisch oder halt auch vielleicht so englisch nicht ganz so gut kann. Ja, aber ich sag mal, die sind, darf ja, ich meine, das kann man von keinem Synchronsprecher erwarten, dass er jetzt die japanische Aussprache drauf hat. Ja, klar. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, die sind eher selten bei Sabine Bohlmann. Ja gut, also bei ihren englischen Sprüchen, muss ich ehrlich sagen, da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen. Ja, so ein paar. Es ist so ein bisschen so ein etwas stotteriges Englisch manchmal, ja. Kommen wir zum Schreien. Die Probleme von Ray verdichten sich. Es wird immer wieder gesagt, ja, hilf uns doch Miet zu finden und wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann gehörst du vielleicht auch zu denen. Und sowieso, du bist ja eh unheimlich und arme Ray. Ja, arme Ray. Okay, also hier kommt das viel besser raus als im 90er-Anime, denn ja, ich hab's bestimmt auch schon oft gesagt, die inner-Senschi und eigentlich alle-Senschi sind ja eigentlich so Außenseiter und Usagi bringt sie halt alle zusammen und zeigt denen, was Freundschaft ist. Und ja, im 90er-Anime war es halt hier nur so, dass der Schreien generell verdächtigt wurde und ich glaub eher Opa Hino. Aber hier ist es halt eindeutig Ray. Ich hab mir sogar den Satz aufgeschrieben, wenn Usagi dann dazukommt, was fällt ihnen ein, dieses wunderschöne Mädchen zu beschuldigen? Ja, okay. Die ist schön, die ist unschuldig. Ja, sowas würde Ray nie tun, okay? Usagi, du kennst sie erst seit einem Tag, aber gut. Ach, Usagi denkt immer positiv. Genau. Usagi sieht in allen nur das Beste. Das ist echt süß. Äh, ja. Dann werden erstmal die nervigen Leute verscheucht und dann geht Ray wieder, ich glaub sie geht dann wieder Visionen haben. Und übrigens wurde Ray auch schon von den Leuten verdächtigt, seit sie ein kleines Kind war. Also nicht erst jetzt. Also jetzt wird sie konkret verdächtigt, an dem Verschwinden der Leute irgendwie Schuld zu haben. Vorher war sie halt einfach nur irgendwie unheimlich, weil seerische Fähigkeiten, sprich Betraben. Genau. Äh, ja. Und dann hat sie eine Vision, in der sie sieht wie... Was sieht sie eigentlich? Irgendwas mit Usagi und Jedi halt. Hm. Äh, ich weiß nicht. Äh, das fand ich aber auch ein bisschen komisch, denn haben sich Usagi und Jedi eigentlich je getroffen? Also als Usagi? Nö. Als Sailor Moon übrigens auch noch nicht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Also eigentlich macht diese Vision nicht so unglaublich Sinn. Oder vielleicht war es halt so eine Zukunftsvision, so was passiert, wenn Ray nicht einschreitet? Ja, das denke ich nämlich auch. Und dann rennt sie runter zur Straße und da ist der Bus und Jedi ist der Busfahrer und dann wird sie entführt. Und warum... Genau. Äh, ich weiß nicht. Naja, weil er sich einfach dachte, ja, da ist noch eine, die kann ich auch noch gleich mitnehmen. Oder er hat gemerkt, dass mit der irgendwas nicht so in Ordnung ist. Und später, später sagt er auch, dass er sie anziehend findet oder sympathisch im Manga. Mhm. Was das wohl bedeuten mag. Ja. Im Manga leider nichts, aber in Crystal tatsächlich schon. Mhm. Naja, okay. Dann der Bus fährt gegen eine Wand und baut aber keinen Unfall. Ja, da macht sich so ein Dimensionsportal auf und er fährt da durch. Und Usagi sieht das. Ähm, sieht das und verwandelt sich in eine Flugbegleiterin. Wait, what? Ja. Sie verwandelt sich in eine Stewardess. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das wurde hier eingeführt, aber es ist so ein kleiner Running Gag, zumindest in Sailor V geworden, also im Manga. Weil sich Sailor V halt wirklich in so die absurdesten Sachen verwandelt, zum Beispiel irgendwie eine Soldatin nur um ein Konzert zu stürmen oder sowas. Also, ich glaube aber, das hat hier mit Sailor Moon angefangen, weil Sailor Moon und Sailor V liefen ja dann relativ, also irgendwie parallel. Mhm. Ich finde das so geil. Stewardess. Warum nicht Kontrolleurin? Wäre nahezu dasselbe Kostüm, aber nein. Ich glaube, im Manga steht sogar nicht mal Stewardess, sondern da steht sogar wirklich Flugbegleiterin. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber jedenfalls fragt Luna dann halt auch, also, es wird auch in der Serie gesagt, dass das komisch ist. Luna fragt halt dann auch so, hä, warum denn jetzt eine Stewardess? Weil es meine Aufgabe ist, dem Passagier eine sichere Reise zu gewähren oder sowas. Hm. Ja, dann klammert sie sich an den Bus, das ist vollkommen ungefährlich. Hm. Unglaublich. Und verliert dabei Luna die Taxidomaske in die Arme fällt, der schon direkt hinter ihr war. Ja. Ja. Das führt... Halt, stopp, aber zuvor möchte ich noch kurz was sagen, nämlich, komischerweise sagt sie hier in Crystal aber auch nur Moon Power, also ohne das Change. Ja, habe ich doch beim letzten Mal schon gesagt. Ja, ja, aber ich dachte, sie sagt ja auch immer, also im Japanischen auch Change. Ach so, im Japanischen. Ich glaube, in der nächsten Folge hat sie es gesagt, aber hier, aber hier glaube ich nicht. Im Deutschen sagt sie es nie. Ja gut, ich glaube, weil das einfach irgendwie blöd zu übersetzen war, sie sagt halt nicht Moon Power Change irgendwas, sondern, ich glaube, beim nächsten sagt sie, Moon Power, äh, Ohime Samani Change, also verwandle mich in eine Prinzessin. Und das Change halt am Ende, deshalb wäre das irgendwie komisch gewesen. Hm, ja. Ja, wenn man so was, wenn man solche Sprüche wörtlich übersetzt, dann kommt am Ende so was raus, dass zweimal Sailor Moon im Satz ist. Ja, also ich verstehe, dass man hier das Change im Deutschen einfach gelassen hat. Klingt auch ziemlich natürlich so, wie sie es sagt, also habe ich jetzt kein Riesenproblem mit. Ähm, ja. Genau, und dann steht halt der Taxidomaske und guckt so ein bisschen schockiert und als sie halt dann wegfährt, da denkt er sich, sie hat sich tatsächlich verwandelt. Genau, also sie hat, sie hat also mindestens die Verwandlung in die, ja, Tarnform gesehen. Er hat es gesehen. Also es ist eigentlich ziemlich klar, dass er jetzt schon weiß oder zumindest ahnt, wer Sailor Moon ist. Und im Manga wird es sogar noch klarer. Aber hier hat er zumindest die Verwandlung gesehen und bestimmt auch Luna sprechen hören. Was ich mich bei der Szene am meisten frage, ist, was macht er hier eigentlich? Das hat mich aber auch gewundert. Ich meine, er steht ja da als Taxidomaske, ne? Das ist das Komischste und das ist jetzt, ich glaube, er nimmt ja auch nicht am Kampf teil. Also er hätte auch genauso gut als Mamoru da stehen können. Warum ist er kostümiert? Das habe ich mich auch gefragt. Also das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht wollte er gerade irgendwie was klauen gehen. Keine Ahnung. Oder sollen wir noch nicht wissen, dass Mamoru Taxidomaske ist? Naja, das dauert ja noch ein paar Folgen, bis das revealed wird. Ja, ich überlege gerade. Also im Manga ist das natürlich gar nicht so offensichtlich, weil wir hören natürlich im Manga seine Stimme nicht. Ja, aber er sieht halt komplett gleich aus. Ja, aber schon allein wegen, ja, Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es gibt nur eine Sorte Männer. Es gibt Mamoru und es gibt Mamoru in blond. Oder es gibt Leute mit langen Haaren. Ja, stimmt. Die gibt es auch noch. Aber, ne? Also von daher... Ja, okay, ja, im Manga ist es vielleicht weniger offensichtlich, aber trotzdem ziemlich offensichtlich. Ja, ist schwer zu sagen, wenn man es eh weiß. Vielleicht kann uns das ja mal jemand schreiben, der den Manga zuerst gelesen hat. Oh ja. Falls es hier so jemanden gibt. Oh ja. Ich wüsste gerne, ob es in Deutschland irgendjemanden gibt, der den Manga zuerst gelesen hat und danach erst Crystal oder den 90er Anime. Also die ganzen drei, die es vielleicht gibt, mögen sich bitte melden. Naja, aber vielleicht, wenn halt Leute eher so Manga-Fans sind und halt nicht so Anime-Fans und halt eben auch nicht in den 90ern dabei waren. Ich glaube, trotzdem, die Gruppe dürfte sehr klein sein. Ja, das glaube ich aber auch. So, jetzt habe ich natürlich den letzten Punkt verpasst. Tatsido Mask fängt Luna. Luna kontaktiert Ami, die sich anscheinend überhaupt nicht wundert, dass die Uhrenkommunikator ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Hat sie das nicht gesagt? Nee. Also okay, bei Crystal bin ich jetzt nicht mehr sicher, aber im Manga hat sie es auf jeden Fall mal erwähnt. Ich glaube, da hat sie es sogar gleich erwähnt, als die rausgekommen sind. So, by the way, diese Uhren sind Kommunikatoren. Ich habe auch so eine Szene irgendwie im Kopf, aber in Crystal ist sie anscheinend nicht drin. Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, es war in Crystal auch drin. Ähm, ja, und dann sehen wir, wohin der Bus eigentlich gefahren ist. Nämlich nicht in irgendeine strange Bus-Dimension, sondern einfach direkt ins Dark Kingdom. Ja, wobei, ich glaube doch, ich glaube, im Manga war es aber eine andere Dimension, aber ich glaube hier tatsächlich nicht. Also hier siehst du eindeutig die Architektur vom Dark Kingdom. Ich glaube, du siehst sogar irgendwann diesen roten Teppich, den die da rumliegen haben, also... Okay, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber im Manga wird zumindest gesagt, dass das irgendeine komische Dimension ist. Wahrscheinlich dachten die auch einfach, dass Dark Kingdom ist in einer anderen Dimension, also... Wahrscheinlich war das alles noch nicht so ganz ausgereift. Naja, Usagi ist alleine, Luna ist nicht da, um ihr zu sagen, was sie tun soll, und sie weiß auch nicht, was sie tun soll. Also hat sie Angst und würde sogar fast heulen, was natürlich nichts machen würde, weil sie ist ja gerade nicht Sailor Moon, also keine Ultraschallattacken. Aber sie kommt auf die Idee, ich funke mal die anderen an, die sollen mir doch mal helfen. Genau, und dann sagt Armi, ja, wir können dich hier irgendwie nicht orten, aber du könntest dich ja mal verwandeln und... Mit der Kraft deiner Verwandlung können wir dich vielleicht orten, und dann kann ich auch hin. Genau, dann kannst du dich nämlich zu ihr teleportieren. Also, ein Person Sailor Teleport confirmed. Ja, zumindest hier im Manga und in Crystal. Es geht. Es geht. Ich glaube, das wird nochmal widersprüchlich, aber es scheint zumindest so zu gehen jetzt. Jedenfalls verwandeln sich beide und, ja, Sailor Teleport halt. Ja, aber ich glaube, im Manga, also da ist es so, dass sie Osagi nicht mit der Kraft von ihrer Verwandlung ortet, sondern einfach so irgendwie mit ihrem Computer. Aber sie kann sich dann mit der Kraft ihrer eigenen Verwandlung dahin teleportieren. Ich glaube, das wird gesagt, oder zumindest so angedeutet. Kann sein, macht aber auch nicht mehr Sinn. Nein, mehr Sinn nicht, aber vielleicht ist es halt wirklich daran gekoppelt, dass die sich verwandeln müssen, und dann können sie halt entscheiden, an welchem Ort sie verwandelt auftauchen. Das wäre cool. Das wäre schon eigentlich cool. Das würde auch erklären, warum manchmal einfach Random Sailor Moon irgendwo steht, oder so. Und vor allem, wie die immer irgendwie auf die hohen Gebäude oder so kommt. Ja, vielleicht ist das ja wirklich so. Headcanon. So, die beiden Mails haben jetzt aber, stehen jetzt vis-a-vis Jedi gegenüber. Genau, und der hat halt vorher auch nochmal gesagt, dass er Rey irgendwie anziehend fand, als sie halt da so bewusstlos liegt. Ja, stimmt, das hat er auch noch. Was das wohl bedeuten wird. Was mich hier wundert, Jedi hat Eiskräfte. Ich habe den immer mit Feuer assoziiert. Ja, das hat mich auch voll gewundert. Ich meine, vor allem, ja, ich kann sie erwähnen, Jedi gehört ja eigentlich irgendwie zum Mars. Deshalb dachte ich halt, er hatte im Anime genau deswegen eben die Feuerkräfte, aber hier hat er Eiskräfte tatsächlich. Vielleicht so als Gegensätze. Im 90er Anime hatten die aber alle irgendwie Feuer. Naja, das ist schon komisch. Genau, also Mercury macht direkt ihren Nebel und Jedi friert den aber so ein, dass der nichts mehr bringt. Genau, er nutzt die Physik. Man kann Nebel einfrieren, echt? Ja, natürlich, dann schlägt er sich sofort nieder, der kondensiert. Aha. Das ist doch auch der, genau so entsteht ja auch Raureif. Aha. Ja, und wen er noch einfriert, ist halt die beiden und was, das ist ein bisschen ungünstig, weil eingefroren kämpft es sich halt nicht so geil. Genau. Aber Rey macht etwas, was wir sonst nur von Makoto kennen. Sie greift, ohne verwandelt zu sein, einen Bösewicht an. Oh ja, genau. Genau. Also ich glaube, sie merkt auch schon so ein bisschen, dass Sailor Moon Usagi ist, oder? Ja, genau. Sie guckt die an und erinnert sich und durchschaut die Verwandlung und Usagi so, nein, nein, die bin ich ganz bestimmt nicht, bin ich die. Ja, genau, so Quatsch, ich bin doch nicht Usagi. Und dann redet, und Luna steht so daneben und denkt sich so, und Usagi redet einfach immer weiter sich in die Misere rein. Vor allem, weil sie einfach nur so Usagi sagt und Sailor Moon antwortet, was, nein, die bin ich nicht. So, vorher wusstest du, dass du angesprochen warst. Genau, und dann irgendwann sagt halt Sailor Moon, also Usagi, ja, ich habe auch Kräfte, zumindest jetzt gerade. Und Rey findet das sehr toll, denn das kommt leider im 90er Anime auch nicht raus, aber ja, sie findet es halt toll, dass jemand anderes auch übersinnliche Kräfte hat und dass sie eben nicht allein ist. Auch wenn natürlich die Sailor Kräfte ein bisschen anders sind, aber ja, das ist sehr schön. Ja, und wir wissen ja auch, woher es bei Rey kommt. Und ja, sie versucht Jedi dann auch, sie einzufrieren, oder kommt das erst nach der Verwandlung? Nee, das kommt erst nach der Verwandlung. Doch, nee, Jedi versucht Rey auch einzufrieren, aber das klappt nicht, weil sie ist on fire. Oh ja, da machen sich schon die ersten Kräfte bemerkbar, also nach der übersinnlichen Zeug. Genau, dann erscheint auch das Planetensymbol und dann wirft Luna ihr auch direkt den Füller rüber und sagt ihr, dass sie sich verwandeln soll und wie das geht. Sagt sie ja auch schon, sagt sie ja auch den Spruch? Oder war das im 90er Anime, dass sie einfach den Spruch random weiß? Möchtest du dich mal kurz reinhören. Ich weiß nämlich, in irgendeiner Version, glaube ich, war es bei Rey so, dass die einfach den Spruch schon wusste, ohne dass es ihr irgendwer gesagt hat. Nee, Luna sagt ihr den Spruch. Ah, okay. Ja, und dann verwandelt sich Rey und die Verwandlung finde ich weniger schön als die von Mercury. Was? Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich finde, diese Verwandlung ist viel besser als die von Mercury. Ich finde die hier sogar... Ernsthaft? Ja, ich finde die hier tatsächlich besser, also zumindest ein kleines bisschen, als die im 90er Anime. Bei Mercury finde ich die im 90er Anime ist viel cooler. Aber das Feuer hat überhaupt keine Tiefe. Das sieht einfach aus, als würden so Flatterbänder um sie rumschwirren. Was? Also sorry, aber ich finde die Feuereffekte sehen mega gut aus. Nein, die haben überhaupt keine Tiefe. Was für eine Tiefe? Also ich finde, es sieht auch gut aus. Die sehen zweidimensional aus. Was? Ich finde nicht. Also als wären das so Bänder, die einfach wie Feuer angemalt sind. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Denn ich persönlich finde, dass die Feuereffekte mega cool aussehen. Selbst wenn sie keine Tiefe haben. Also die Feuereffekte bei den Attacken, die sehen gut aus. Aber bei der Verwandlung, die finde ich, sind furchtbar. Okay, da sind wir jetzt gerade komplett anderer Meinung. Wie gesagt, schreibt mir mal eure Meinung. Also ich glaube sogar, die Feuereffekte sind das, was ich lieber mag, als im 90er Anime. Weil es halt eigentlich ansonsten fast die gleichen Posen sind und so. Bei Mercury fand ich halt... Also ich weiß nicht warum, aber ich fand die Wassereffekte im 90er Anime sogar irgendwie hübscher. Weil das irgendwie aussah wie so ein Band, das sie da zieht und wie sie sich so dreht. Das war nicht schöner. Also ich finde zum Beispiel, diese Feuerexplosion, die dann irgendwann über den ganzen Schirm geht, die sieht gut aus. Aber diese Feuerbänder, die um sie rumschwirren, Katastrophe. Okay, sehe ich komplett anders, wie gesagt. Aber was ich auch mega geil finde, die Musik. Also dieses Mars-Theme, also das ist ja das Theme von Sailor Mars. Das heißt einfach nur so, das wird leider, glaube ich, nur einmal gespielt oder wenn, dann halt nicht sehr oft. Es ist so schade, denn es ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke in Sailor Moon Crystal. Hört es euch an, googelt es jetzt oder danach. Schaltet das Video sofort aus, guckt euch den Song an und dann schaltet wieder ein. Aber dann guckt wieder von vorne, das gibt mehr Geld. Naja, oder schaut es danach. Also ich finde, das Mars-Theme ist eines der besten Crystal-Songs. Also ich kannte es, ich wusste nicht, dass das Mars-Theme ist, aber ich dachte auch, wow, coole Musik. Ja, also leider, ich glaube, dann später wird es halt immer so, dass immer diese Innocent-Ski-Verwandlungstheme, dass es halt ein einzelnes Lied ist, das halt bei allen abgespielt wird, weil die halt dann sich dann immer nacheinander verwandeln. Aber hier bei dieser Einzelverwandlung, da haben wir dann immer, also die speziellen Songs, ihr wisst schon, wie ich meine. So, ähm, Moment, Moment, Moment. Sie verwandelt sich, sagt, genau, soll nochmal eingefrostet werden und muss nicht, sie muss nicht mal was tun, damit diese Attacke wirkungslos ist. Tja, es ist halt Mars. Da hätte auch drunter stehen können, das ist nicht sehr effektiv. Ja, true. Ja, dann kommt erst, genau, erst kommt dann Moon mit dem Moon-Tiara-Boomerang, der hier eigentlich eher Moon-Tiara-Fessel ist. Genau, ja, weil... Und fesselt damit Jedi'd. Und dann kommt Mars mit ihrer coolen Attacke. Und da sehen die Feuereffekte gut aus. Ja, ähm, also wie gesagt, Moon macht halt hier Moon-Tiara-Boomerang. Aber, das wird so ein großer Ring und der schließt sich so um Jedi drum. Ich glaube, das hatten wir im 90er-Anime mal bei so einem Monster. Genau, aber hier fesselt das quasi Jedi'd und dann kommt aber Mars. Mit einer interessanten Attacke, denn es ist Akuryo-Taisan, weiche, böser Geist. Das ist aber nicht wie im 90er-Anime nur diese Bandzettel-Attacke, sondern auch eine Feuer-Attacke. Also die zieht mit den Bandzetteln so einen Kreis und dann wird es aber so ein Feuerkreis. Das finde ich eigentlich voll cool, dass es halt alles in einem ist, sozusagen. Ähm, dieser Kreis ist sogar ein Schriftzeichen. Ja. Zen. Hm, das ist interessant, weil sie ja im 90er-Anime immer dieses Gebet vorher hatte und das endet auch auf Zen. Zen ist quasi die japanische Version von Dao, also alles. Das ist so die Gesamtheit des Universums und so weiter. Hm. Ja, und dann wird Jedi'd verbrannt. RIP Jedi'd. Nein! Wir sind ja im Crystal, hier stirbt er ja nicht. Nein! Also, ja, ihr werdet es jetzt eh schon wissen, im Manga stirbt er hier, aber in Crystal nicht. Was uns immerhin Brandleichen-Jedite erspart. Ja, der ist wirklich gruselig. Vor allem, weil er auch noch wirklich in Flammen steht. Aber huah! Naja, aber es ist schon krass. Ich meine, gebt euch das mal. Mars bringt alleine einfach mal Jedi'd um. Naja, alleine würde ich das jetzt nicht nennen. Der war schon gefesselt. Ja, okay. Aber, ja, das ist halt generell so, dass im Manga diese Untergebenen... Ja, die sind, okay, die sind jetzt nicht direkt die Monster des Tages, aber so ein bisschen schon, weil die halt echt nur noch ganz, ganz wenige Kapitel da sind oder halt manchmal sogar nur eins. Vor allem später, glaube ich, ist es meistens nur eins. Und dann sterben die halt direkt und werden auch oft von irgendeiner Senshi besiegt. Besonders erwähnen möchte ich da die Ayakashi-Schwestern und die Witches Five. Die kommen wirklich alle nur ein Kapitel vor. Ja, das Amazon-Trio, glaube ich, aber auch. Das Trio, ja, aber ich glaube, das Quartett darf ein bisschen länger leben, was logisch ist, weil sie ja... Ja, genau. Oder dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, irgendwann mal. Wenn die Crystal-Movies endlich mal draußen sind. Okay, danach wacht Mii plötzlich draußen auf und fragt Ray, was ist denn hier passiert? Und Ray sagt, ja, die Sailor-Krieger haben uns gerettet. Ja, genau. Dass sich irgendwie, da steht auch schon ganz viel Polizei und so, dass sich irgendwie keiner dafür interessiert, was die drei da eigentlich machen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Naja, vielleicht haben die halt so getan, als wären die auch unter den Opfern. Das wirft dann... Passend dazu. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auf der Aufnahme zu hören war, aber hier fuhr gerade sehr laut. Wahrscheinlich Krankenwagen oder so vorbei. Ja, das würde die Frage aufwerfen, wie kamen die da eigentlich wieder raus, wenn sie es nicht selber waren. Aber gut, da fragt wahrscheinlich keiner nach. Ja, das war... Was meinst du jetzt genau? Ja, wenn sie selber so tun, als seien sie die Opfer dieser Entführung gewesen, würde das ja noch die Frage aufwerfen, wie sind sie da eigentlich rausgekommen? Ich glaube, das wird im Manga irgendwann mal... Das wird im Manga, glaube ich, gesagt. Also ob sie jetzt das so tun mit den Opfern, keine Ahnung, aber... Die werden das natürlich nicht so tun, als wären sie die Bösen. Also wahrscheinlich porten die sich halt irgendwie raus und... Ja, dann sind sie halt so, oh mein Gott, wir wurden auch entführt. Okay. Gut, ja, und dann haben wir einen schönen Cliffhanger, während Luna über den Silberkristall schwadroniert. Sehen wir eine Person am Flughafen ankommen mit einer mysteriösen Schließkiste. Silberkristall in Machina, sozusagen. Genau. Aber wer das ist, dazu kommen wir dann nächste Folge. Also nicht nächste Podcast-Folge, sondern jetzt gleich dann. Ja, genau. Aber irgendwo hatte ich noch was zu dieser Folge. Moment, Moment, Moment. Ray labert irgendwann was davon, dass es eben diese fünf Hügel gibt und dass es noch einen sechsten gibt. Und da verschwinden Leute eventuell hin. Und dann sagt sie so ganz mysteriös, wir nennen das geistige Entführung. War es nicht übernatürliche Entführung? Übernatürliche Entführung, genau. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, was da im Japanischen gesagt wird. Ich weiß nur, im Englischen wird das, was auch immer im Japanischen gesagt wird, mit Spirited Away übersetzt. Und das ist zufällig auch der englische Titel von Chihiros Reise ins Sauberland. Ja, stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint war. Also es hat nichts mit dem Film zu tun, aber der Begriff kommt wahrscheinlich daher irgendwie. Also meint wahrscheinlich dasselbe. Ja, ja. Aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, übernatürliche Entführung, das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so nach einem krassen Fachbegriff. Das ist halt eigentlich relativ normal und jetzt auch nicht so dieser feststehende Begriff. Wisst ihr, wie ich meine? Steht im Manga nicht sogar der japanische Begriff drin? Bin gerade geneigt, es nachzuschauen. Ja, dann schau nach, weil ich habe keine Ahnung mehr. Also ich habe das Kapitel. Da, das nennt man Kamikakushi. Und da ist eine Fußnote, aber ich sehe keine Erklärung zu dem Wort. Was muss doch irgendwo stehen. Warte, jetzt gucke ich nach. Ne, da ist kein Sternchen dran. Das ist einfach nur ein Anführungszeichen. Das ist einfach nur das fette Anführungszeichen. Okay, aber der Begriff kommt vor. Ja, aber ich glaube, das ist halt nicht erklärt, weil Ray danach sagt, ein Versteckspiel der Dämonen. Also ich glaube, das soll halt dann die Erklärung sein. Aber was Kamikakushi heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber anscheinend ein Versteckspiel der Dämonen. Fun Fact, ich habe es gerade gegoogelt, es ist sogar der Originaltitel von Chihiro. Ach, ich wusste doch, dieser Begriff kommt mir bekannt vor. Dann war es Sento Chihiro no Kamikakushi, oder? Ähm, weiß ich nicht, aber wenn ich den Begriff suche, kriege ich Chihiro angezeigt. Ähm, ja, aber ich glaube, irgend sowas war es. Ich wusste doch, mir kommt der Begriff bekannt vor. Okay, lassen wir das jetzt alles so drin, oder? Nicht alles, ein bisschen rumschneiden werde ich schon. Okay, du findest schon was. Also, haben wir geklärt. Also ich habe hier natürlich noch die Manga-Unterschiede, also noch mehr, als ich schon gesagt habe. Okay, also einmal gibt es noch eine ganz witzige Szene, nämlich ist ja Luna mit im Klassenzimmer. Und plötzlich kommt aber Frau Haruna rein und entdeckt Luna und ist sauer. Ah, da war das mit, hier dürfen doch keine Haustiere rein, ne? Ja, genau. Und Usagi nennt sie daraufhin Haruda, also Frühlingsrolle. Hm. Bin ich aber auch gewagt, sie direkt so anzusprechen. Vielleicht ist die ja cool drauf und hat da kein Problem mit. Ja, also dieses Frühlingsrollen-Dings, ne? Aber ich finde es, ich finde es aber echt cool, dass hier im Manga Luna halt wirklich auch im Klassenzimmer entdeckt wird. Ja, das ist, wie gesagt, es ist halt schade, dass man diese lustigen Szenen hier irgendwie nicht eingebaut hat. Ich meine, das hätte man noch ganz kurz machen können. Aber gut. So. Äh, dann. War es hier auch so, dass, ne, hier war es noch nicht so, dass Luna am Anfang die Senshi vorstellt. Ne, das kam erst nächste Folge. Ne, ne, das ist in der nächsten Folge so extrem breit getreten. Ja, genau. Ähm. Was haben wir noch? Moment. Usagi sagt, in diesem Sailor-V-Spiel gibt es keine Regelmäßigkeiten. Das ist halt schon so ein Hinweis darauf, dass mit dem Spiel noch irgendwas anders ist. Und was ich auch interessant fand, äh, als Armi halt in der Spielhalle dann, ähm, dann merkt, oh, es ist schon 5 Uhr und sie muss zum Englischkurs, sagt sie, ach, nö. Nö, also das ist, wir hatten es ja schon mal gesagt, aber hier ist Armi eigentlich gar nicht so krass lernwürdig. Ich glaube, sie macht das halt eigentlich eher nur, weil sie muss und nicht, weil sie so unglaublich gerne will. Zumindest hier in der Hauptstory. Sie hat halt ein Ziel und will es erreichen, aber es macht ihr natürlich keinen Spaß, was sie dafür tun muss. Ja, oder zumindest hätte ihr das in der Spielhalle mit Usagi halt viel mehr Spaß gemacht. Okay, dann, dann ist Szene, bei der ich sehr lachen musste. Und es ist so, so schade, dass man das nicht eingebaut hat. Dieser Satz ist geil. Nämlich, äh, sitzen ja Usagi und Luna im Bus und dann kommt Mamoru und Usagi hatte ja Luna gerade was gefragt und ist dann so, sag doch was, Luna. Und dann sitzt Mamoru daneben, ja, sag doch was, Luna. Das ist besser, ja. Das ist so geil, da musste ich echt lachen, das hatte ich schon voll vergessen. Okay, und, äh, ich glaube, dann im Bus denkt sich Usagi auch, dass Mamoru und Tuxedo Mask sich ähnlich sehen. Aber da hier Gedanken und sowas in Crystal eben nicht, also anscheinend irgendwie nicht mit Sprache umgesetzt wurden, ja, ist das hier nicht. Aber hier merkt sie es schon. Und Tuxedo Mask, also okay, Mamoru rutschen dann die Worte Kriegerin für Gerechtigkeit heraus. Uh. Also er, also er hat Usagi angeguckt und denkt sich auch schon, sie sieht aus wie Sailor Moon. Also er vermutet das jetzt schon. Ich nehme an, dass man das in Crystal weggelassen hat, weil die Funktion dieser Szene soll wahrscheinlich wirklich nur sein, dass, also wer Sailor Moon ist, wissen wir sowieso, aber dass wir wissen sollen, Mamoru ist vielleicht Tuxedo Mask. In Crystal ist das wegen der gleichen Stimme ja schon eindeutig, aber das fehlt uns ja im Manga, die Stimme, also haben sie es über diese Szene klar gemacht. Ja, okay, aber ich finde es interessant, dass die beiden halt hier das noch früher merken, als sie es in Crystal dann ohnehin schon tun. Okay, warte, da muss ich hier kurz umblättern. Das ist ein bisschen doof hier geworden mit den Manga-Notizen, weil sie irgendwie doch mehr waren als gedacht. Ja, dann als, als sie sich verwandelt, da wird eigentlich hundertprozentig klar, dass Mamoru weiß, wer sie ist, weil er dann, weil er dann halt auch noch denkt, sie ist also doch, Punkt, Punkt, Punkt. Ja gut, aber das ist ja auch so recht naheliegend. Ja, aber hier, hier hat er halt nur gesagt, oh, sie hat sich verwandelt, aber hier weiß er halt safe, dass sie auch Sailor Moon ist. Okay, dann hatte ich schon gesagt, Ami ortet sie ohne Verwandlung und portet sich dann eben mit ihrer eigenen Verwandlungskraft hin. Sie hat auch übrigens nicht einen Supercomputer, so diesen kleinen 3DS-mäßigen, sondern halt einfach so einen großen, normalen, weiß nicht, ob der auch special ist oder einfach nur ein normaler Computer. Da fällt mir gerade ein, gibt's im Manga eigentlich überhaupt die Datenbrille? Ich dachte schon, aber jetzt, wo du's so sagst... Vielleicht kommt das noch. Das werden wir herausfinden. Genau, was haben wir noch? Genau, dann sagt hier Luna, Usagi soll nicht heulen, weil die Wellen... Genau, sie sagt, Usagi soll nicht heulen, weil die Wellen sonst diese Dimension zerstören. Also hier ist halt die Rede von einer anderen Dimension. Und hier gibt's halt einen Grund, warum Usagi nicht heulen soll. Also nicht nur, weil es nichts bringt. Genau, also hier ist dann das Ende der Ultraschallwellen. Und Luna ist bei dem Kampf mit Jedi auch gar nicht dabei. Sie redet nur über den Computer mit den beiden. Also Luna konnte sich nicht teleportieren. Und Ami hat stattdessen Reis Stift dabei. Ja, dann hatten wir schon gesagt, was? Ich hab mich nämlich schon hier gefragt, was macht Luna da eigentlich plötzlich? Wie ist die da hingekommen? Ja, also jetzt, wo ich das Manga-Kapitel nochmal gelesen hab, hab ich mich das dann auch gefragt in Crystal. Wie ist Luna eigentlich da hingekommen? Ja, dann wie wir schon gesagt haben, Jedi stirbt hier endgültig. Aber hier überlebt er. Ja, und Moon hat auch ihre Maske, wie gesagt, den ganzen Kampf auf. Aber am Ende, als sie dann halt mit Rey redet, nimmt sie die ab. Aber ja, ab der nächsten Folge schmeißt sie die eigentlich immer direkt weg, sobald sie sich verwandelt hat. Aber ganz so endgültig stirbt Jedi hier ja auch im Manga nicht. Als Geist zumindest tauchen die ja mindestens nochmal alle auf, ne? Ja, aber... Also er ist schon tot. Tauchen die nicht auch völlig random noch im vierten Arc nochmal kurz auf? Äh, ich... Also in irgendeinem Arc, ich weiß gar nicht mehr in welchem, aber später tauchen die auch nochmal auf, ja. Ich glaube, es war der vierte und dann irgendwie... Hat irgendwas mit Helios dann, glaube ich, zu tun. Nee, aber ich bin sicher, dass diese Sache in Crystal auch zweimal schon vorkam. War es nicht auch im zweiten Arc nochmal? Ich glaube, es war im zweiten und im vierten Arc nochmal, aber ich bin jetzt auch nicht mehr sicher. Kann auch sein, bin mir da nicht sicher. Äh, hast du noch was? Sonst würden wir zur Bewertung kommen. Nee, das war's dann jetzt. Okay, wie fandst du denn die Folge? Ja, also ich würde eigentlich sagen, die Folge ist überdurchschnittlich und ich habe ihr drei Punkte gegeben. Ja, Stimme zu. Wer ist dein persönlicher Win der Folge? Naja, also bei den Fails haben wir tatsächlich viele eingefallen. Bei den Wins habe ich, wer hätte es gedacht, natürlich Ray genommen. Das war mir zu blöd. Ich habe Armee genommen. Okay, warum? Weil Armee auf die Idee kommt mit dem, ja wir können doch ihr Signal orten und dann können wir uns zu ihr hin teleportieren. Also Armee organisiert eigentlich die ganze Rettungsaktion. Ja, stimmt. Also das ist schon cool. Aber ich finde halt, Ray hat es eigentlich auch verdient, weil sie halt natürlich zur Senshi geworden ist. Und sie hat Jedi sehr wehgetan zumindest. Das finde ich eigentlich noch krasser. Aber Armee war auch sehr cool, das stimmt. Ihr könnt leider nicht abstimmen, aber ihr könnt es uns in die Kommentare schreiben, was ihr meint. So, wer ist denn dein Fail der Folge? Also ich habe da so ein paar honorable Menschen, die halt jetzt nicht wirklich der Fail sind, aber zum Beispiel hatten wir Usagi fürs Fast Verplappern vor Ray. Genau, also, oh ne stimmt, sie hat sich ja verplappert bei dem Kampf und auch Fast vor Mamoru. Und für dieses Ding mit der Stewardess. Dann hätte ich auch noch Jedi für den auffälligen Plan, aber gut, der war jetzt auch gar nicht so dämlich hier in Crystal. Und vielleicht noch Phobos und Dümos fürs Usagi angreifen. Aber wie gesagt, das sind jetzt hier die sehr honorable Mansions. Mein Fail sind auf jeden Fall die Leute, die Ray verdächtigt haben und so voll gemein zu ihr waren. Oh, die sind auch gut. Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Wer ist dein Fail? Jedi. Warum? Für den Plan? Nee, nicht grundsätzlich. Der Plan ist auch ziemlich bescheuert. Aber eigentlich hätte der Ray nicht auf der Straße aufgegabelt und mitgeschleppt, hätten die ihn nicht erledigt. Ja, stimmt, aber das wusste er ja natürlich nicht. Ja, aber er hätte es halt einfach lassen können und dann hätte er weitermachen können. Und dann sein bescheuerter Plan. Okay, ja, er will die anlocken, aber er hat anscheinend auch überhaupt keine Idee, was er dann mit ihnen anstellen soll, wenn er sie angelockt hat. Weil die kommen und blasen ihm den Marsch. Wow. Gut, das liegt jetzt daran, dass Ray erwacht ist. Da hat er nicht mit rechnen können. Aber wenn er die so einfach abfertigen hätte können, dann hätte er sie auch einfach bei nächster Gelegenheit angreifen können. Da hätte er sie nicht erst in seine Taschendimension locken müssen. Tja, naja, okay, also ein Jedi könnte auch ein Fail sein, aber ich würde trotzdem die fiesen Leute nehmen. Ja, die sind auch richtig gut. Die habe ich nicht gedacht. Okay, dann kommen wir zur nächsten Folge. Ja, ich muss sie noch kurz umblättern. Bei der wir uns vielleicht etwas mehr beeilen, aber da ist auch nicht so viel Random Trivia sozusagen. Nee, das ist halt, wie wir schon gesagt haben, eigentlich die einzige Filler-Folge im Manga. Aber die ist gut, das muss man dabei sagen. Filler-Folgen sind ja nicht automatisch langweilig. Nee, nee, also die ist zwar relativ unnötig, also natürlich nicht komplett, aber schon eher... Es ist halt die Folge Wannis erster Kuss im 90er-Anime, die halt erst eigentlich viel später kommt. Ja, die kommt irgendwann im... Ich glaube, relativ spät im Nephrite-Arc irgendwann. Ja, wie heißt sie denn? Akt 4. Ich habe mir Masquerade aufgeschrieben, weil unter dem Titel lief sie auf Animax Plus, aber der deutsche Titel ist Maskenball. Genau, also wie du schon gesagt hast, Masquerade, auch im Japanischen, ist der Titel. Und im Manga-Kapitel ist es tatsächlich beides. Da steht Masquerade, Maskenball. Ich glaube, so stand es auch bei Animax Plus. Lief das da auf Deutsch oder auf Japanisch? Auf Deutsch. Ach so. Aber da hatten sie ja auch immer diese französischen Endcards und so. Also da hatten sie dann bestimmt einfach die Original- oder vielleicht nicht ganz Original, aber halt mehr die Original-Bilder. Also hier ist jetzt auch nicht viel geändert, aber ja, auf den DVDs ist es halt immer diese deutschen Bilder mit den deutschen Karten und so. Und die sind tatsächlich auch im Japanischen, damit man halt das gleiche Bild hat und Platz spart. Okay, es fängt an mit Luna in der Geheimbasis, die sich für Mamoru interessiert und ich frage mich, warum? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also interessant, dass sie ihn überhaupt verdächtig findet. Also wenn da jetzt Taxidomas gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das macht Sinn, der ist komisch. Aber Mamoru hat sich bisher überhaupt nicht auffällig verhalten. Ja, also das habe ich mich auch gefragt. Also ich meine, gut, er hätte vielleicht das im Bus irgendwie mitkriegen können, aber der hat sich halt trotzdem nicht auffällig verhalten. Luna sagt halt so, boah, der ist so verdächtig, aber der hat ja eigentlich nichts gemacht. Und ich meine, es war ja auch nicht Mamoru, der Usagi beim Verwandeln gesehen hat. Das wäre dann viel logischer gewesen, aber es war ja Taxidomask. Also ein kleines Logiklöchlein. Ja, genau. Dann haben wir das Intro und dann Usagi wacht auf und sie schläft auf einem Manga. Der arme Manga. Ja, der arme Manga. Aber vielleicht war es ein Magazin. Ich habe gehört, die Japaner gehen mit diesem Manga-Magazin eh relativ nicht so gut um und schmeißen die weg, sobald sie sie gelesen haben. Er sieht eigentlich ziemlich buchmäßig aus, aber wer weiß. Ja, also ich weiß es auch nicht. Aber ja, arme Manga. Und dann hat sie natürlich wieder verschlafen, fetzt nach unten und rennt zur Schule. Und auch diesmal hat sie keinen Toast in der Maul. Ist es dann hier schon, dass Ikuku jetzt die Zeitung liest und sich denkt, boah cool, Sailor Moon? Genau. Warum kann Usagi nicht mehr wie Sailor Moon sein? Tja. Und auf dem Weg fragt Usagi Luna, ob sie sich nicht in eine Marathonläuferin verwandeln kann. Aber Luna ist einmal eine Spielverderberin und sagt nein. Aber warum denn nicht? Das ist schade doch nicht. Ja, aber ich frage mich an der Stelle vielmehr, was hätte das denn gebracht? Naja, es ist halt generell so ein bisschen unklar, ob man dadurch halt nur das Kostüm kriegt oder auch so ein bisschen diese Eigenschaften der Person, dieser Berufsgruppen. Ich dachte, es waren auch immer so ein bisschen die Eigenschaften. Okay, dann macht es vielleicht Sinn, aber das hätten sie dann vielleicht etwas genauer etablieren können. Ja, ich glaube, dieser Witz kam im Manga auch nicht vor. Aber es ist schade, dass Luna hier nein sagt. Ja, und das fängt jetzt auch an, dass Luna Usagi nochmal vorstellt und so. Ja, ich glaube, im Manga war das hier auch nicht. Ich glaube, das war im letzten Kapitel dafür, aber da hat es Usagi gemacht. Oh, das macht doch irgendwie mehr Sinn. Naja, ist auch egal. Aber ich finde die drei Bilder der Senshi hier sehr cool, die eingeblendet werden. Du meinst, wenn Luna erklärt, wer die jeweiligen sind, das ist ja alles ein bisschen auseinander, also aufgetrennt. Sie erklärt ja erst Usagi und dann ein paar Minuten später kommt sie dann zu den anderen halt. Ja, aber da gibt es halt für jede Senshi ein Bild, so ein Stangbild und ich finde die sind alle drei echt cool. Ja, gut, dann haben wir eine Szene in der Schule, wo darüber gesprochen wird, ja, Princess Dee kommt. Und so weiter, glaube ich zumindest, dass das hier schon gesagt wird. Ja, genau, also weil halt überall irgendwie Polizeisperren sind, wird gesagt, da kommt die Prinzessin aus dem Königreich der Diamanten. Und die stellt da diesen krassen Staatsschatz aus. Das ist ganz krass. Ja, und das könnte ja vielleicht sogar ein gewisser Silberkristall sein. Hm. Sollten wir dem Auge behalten. Genau. Und dann Premiere, Umino in der Spielhalle. Ja, stimmt, also der kommt da plötzlich rein. Ich kann es jetzt schon mal sagen, im Manga kommt der da nicht, wir sehen nicht, wie er reinkommt und plötzlich taucht der einfach auf und die anderen sind so, wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Ja, das ist ja überhaupt so sein, dass der Gag bei Umino, dass der Manga ständig irgendwo herkommt. Den haben sie bei, diesen Gag haben sie bei Crystal zumindest nicht jedes Mal übernommen. Ja, das stimmt. Genau, aber hier kommt er halt einfach rein und erzählt halt auch nochmal was. Und er sagt so in so einer creepigen Stimme, er hat irgendwie Bilder von Prinzess D irgendwie beschafft und es wäre sehr schwierig, da Fotos zu bekommen. Warum auch immer? Ich weiß nicht warum, aber es klingt irgendwie illegal. Bestimmt ist es das nicht, aber... Ich will gar nicht wissen, wo der die Fotos her hat. Nein. Umino, reicht wieder schmutzige Fotos unter der Bank rum. Ach nee, es ist total clean. Okay. Dann sind wir im Dark Kingdom und endlich Vollversammlung der Shitenno. Genau, also auch Kunzait, yay! Kunzait, ich finde, Kunzait hat ja das geilste Design, weil er seine Jacke immer so offen trägt. Ja, und er hat natürlich das epische Cape. Das epische Cape ist geil, aber ich finde es super, der trägt die Jacke offen und er hat kein Hemd drunter. Also er ist schon so ein bisschen... Look at me. Look at me. Ich habe das Gefühl, viele dieser Bösewichte sind so drauf. Na, wie kommst du darauf? Tja. Ich habe aber auch manchmal das Gefühl, alle Charaktere in Sailor Moon sind so... Ja, die guten nicht ganz so offensichtlich, aber ja, ist schon... Vor allem später irgendwie. Ja. Okay. Okay, ja genau. Dann Usagi kommt nach Hause und wir sehen... Kann es sein, dass wir das erste Mal Kenji sehen? Oh, das kann es sein, ja. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht gesehen. Ja, Kenji hat sich schick angezogen und Usagi will wissen, warum. Und seine Antwort im Deutschen ergibt keinen Sinn. Ja. Denn er sagt, er gibt bei dem... Bei dieser Veranstaltung, wo Prinzess D kommt, gibt er ein Interview für seine Zeitung. Warum gibt er ein Interview? Es sollte vermutlich heißen, er interviewt jemanden. Ja, okay, vielleicht ist das einfach blöd übersetzt. Naja. Und dann ist Usagi so, was, ich will auch mit. Äh, du kannst es dir in den Nachrichten anschauen. Ja, tschüss. Ja, als ob. Ja. Das ist schon irgendwie auch so ein bisschen gemein von Kenji, aber naja, wahrscheinlich darf er sie halt nicht mitnehmen. Nee, also... Wobei... Ich trau dem auch zu, dass er sagt, die nehme ich nicht mit, das wird peinlich. Das könnte sein. Weil er halt dann auch so richtig schnell verschwindet. Hm. Bevor die auf die Idee kommt zu quengeln, schnell weg. Ja. Tja, okay. Aber, äh, Usagi lässt das nicht auf sich sitzen und verwandelt sich in eine Prinzessin. Genau, also bevor Luna irgendwas sagen kann, ich hab's ja schon gesagt, Moonpower, Ohime is the money, change! Und schwupp hat sie ein rosa Kleid an. Genau. Kann man machen. Interessant finde ich an der nächsten Szene, dass die anderen beiden, also Rei und Armi, auch irgendwie so aussehen. Also deren Kleider sind nicht ganz so over the top, aber die haben auch alle so Krönchen auf. Also haben die sich jetzt alle verwandelt, oder wie soll ich das verstehen? Ja, stimmt jetzt, wo du's sagst. Woher haben die anderen die Kleider? Vielleicht hatten die schon so Kleider, weil sie ja relativ reich sind. Allerdings haben sie auch so Krönchen auf, also... Genau, die Kleider würde ich ihnen ja noch so abkaufen, dass sie die vielleicht einfach hatten. Aber die Krönchen sind schon komisch. Ja, da stellt sich halt dann jetzt die Frage, können die sich auch verwandeln mit dem Stift? Glaube ich eigentlich nicht. Naja gut, warum nicht, ne? Also, wenn wir mal von der Logik im 90er-Anime ausgehen... Ja, dann geht das. Ja, das ist aber im Manga. Ich finde halt aber auch, es macht wenig Sinn, weil ich dachte halt, die Items sind halt immer nur für eine Person und kann halt nur von der benutzt werden. Weil das ja auch mit Moonpower betrieben wird. Ja, so Sailor V hat ja ihr eigenes Verwandlungs-Item, aber ansonsten, naja. Ja, in PJSM haben sie ja diese Handys. Ah, die Handys sind toll. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass die Krönchen der beiden halt auch so einen Stein drin haben, der zu ihrer Planetenfarbe halt passt. Wo ich mir dann vorstellen könnte, ja, so haben die vielleicht auch in ihrer Prinzessform ausgesehen. Vielleicht nicht mit den Kleidern, aber auch mit so Krönchen. Kann sein. So, und dann kommt dieser geile Moment, Usagi ist erstmal... Also, ne, erstmal wird Luna abkassiert. Also, sie wollen rein und gehen einfach rein und haben keine Einladung oder sowas, aber sie sehen wichtig aus und werden einfach reingelassen. Aber Luna darf nicht rein, weil man darf keine Haustiere mit reinbringen. Genau. Also, als sie so angesprochen werden, denken sie schon, sie sind aufgeflogen. Aber nein, nur Luna darf nicht mit rein. Tja. Und ich möchte erwähnen, irgendwie sieht das ein bisschen komisch gezeichnet aus mit diesen Krönchen. Denn es sieht bei allen drei so aus, wenn man die von der Seite sieht, dass die Krönchen ganz deutlich nur auf einer Seite ihres Kopfes sind, obwohl die eigentlich mittig sind. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus. Ja. Wäre mir jetzt, bevor du es gesagt hast, gar nicht aufgefallen, aber ich sehe es gerade, es ist schon ein bisschen komisch. Ja, also mir ist es schon aufgefallen. Perspektive. Perspektive. Ja. Und was auch geil ist, Usagi und Co. haben als Einzige keine Masken auf diesem Maskenball. Aber alle anderen haben Masken, aber es stört anscheinend auch nicht. Nö. Aber ich finde Usagi geil, so, jetzt sind wir drin, jetzt können wir unsere Aufgabe erfüllen. Nein, Usagi will erst mal tanzen. Ja, natürlich. Jetzt habe ich mich schon so aufgebreselt, jetzt gehen wir tanzen. Und die anderen beiden machen so ihr eigenes Ding und sind so, okay, ja, dann lassen wir sie halt und wir suchen Zeug. Ich finde dieser Satz von Rei, wo sie sagt, ach, lass sie träumen, der ist toll. Ich liebe das. Das ist einfach der ultimative Kontrast zur 90er Rei. Ja, ist echt so. Es ist so schön. Ja, so, Reis Charakter ist halt hier eigentlich komplett anders. Sie ist halt mehr so ruhig und dieses mysteriöse Schreinmädchen steht halt eigentlich so im Vordergrund. Sie streitet nicht mit Usagi, sie bitcht auch nie rum, es ist großartig. Ich glaube, die weiß gar nicht, wie das geht, rum, bitchen. Nee, also, ich werde, glaube ich, eh dem nächsten Video machen oder habe ich schon über Rei, da erkläre ich das auch nochmal. Ja, aber ich finde das hier wesentlich angenehmer, weil sie halt hier nicht diese aufbrausende Rei ist, sondern eigentlich eine eher ruhige Rei. Ja, wunderbar. Was wollte ich noch zu Rei sagen? Wir haben ja am Anfang auch gesehen, sie hatte noch nie vorher einen Spielautomaten benutzt. Okay. Ja, stimmt. Und als sie dann gewinnt, da klatschen sie und Armi so ein und Rei wird dann ganz rot. Dann ist sie auch so ein bisschen schüchtern. Naja, mein Notizpunkt dazu, Rei geht aus sich raus. Herz. Oh, ja, es ist süß. So, aber zurück zum Maskenball. Usagi kommt nicht weit, bevor sie jemanden anrempelt und erstmal irgendeine Flüssigkeit, wahrscheinlich Wein oder sowas, übers Kleid gekippt bekommt. Töp töp. Ja, dann rennt sie natürlich gleich irgendwie Richtung Klo, kommt auf so einen Balkon und sieht so ein Pärchen und ist so ein bisschen traurig und sie denkt sich, ja Mann, wenn doch jetzt Taxidomask da wäre oder jemand, mit dem ich tanzen könnte. Ah, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Vorher hat sie ihr Taschentuch vergessen. Ach so, stimmt, das fällt ihr irgendwie raus. Genau, und jemand hebt es auf, ist natürlich Mamoru. Ähm, aber das ist wichtig. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Mhm. Auch wenn man das jetzt noch gar nicht denkt, das Taschentuch ist voll wichtig. Ja. Naja, und Mamoru ist aus irgendeinem Grund auch auf dem Ball, äh, auch als Taxidomask. Ich glaube, er hat zwar den Hut nicht auf, aber ansonsten hat er halt die Maske und den Smoking. Aber ich glaube, nee, kein Cape. Nee, kein Cape. Also eigentlich ist er nur Mamoru mit Maske. Ja, aber Usagi erkennt das nicht. Nee, sie hält ihn für Taxidomask, ja, und das ist eigentlich der Moment, wo er mir spätestens alles klar werden sollte, aber gut, wir wussten es ja sowieso. Ja, und dann tanzen die beiden. Und im Manga macht das irgendwie schon mehr Sinn, dass er einfach so random bei ihr auftaucht und mit ihr tanzen will, weil er halt schon weiß, wer sie ist und alles. Aber im Anime, finde ich, macht das irgendwie keinen Sinn in dieser Szene. Er hat ja schon gesehen, dass sie sich verwandelt hat und er hatte vorher so einen ganz kurzen Mond-Flashback. Hä, im 90er-Anime? Nein, hier, äh, im Crystal. Achso, ja, ja, klar. Also da weiß er eigentlich schon, dass sie Sailor Moon ist, also er weiß halt, dass Usagi Sailor Moon ist. Im 90er-Anime weiß er ja nicht, dass Usagi Sailor Moon ist. Und da macht das halt dann irgendwie keinen Sinn. Also warum sollte er als Tuxedo Mask plötzlich zu Usagi gehen, die er eigentlich gar nicht leiden kann als Mamoru, und einfach mit ihr tanzen? Er mag ja nur Sailor Moon, aber er weiß nicht, dass sie Sailor Moon ist. Er weiß ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass er Tuxedo Mask ist. Stimmt. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn im 90er-Anime, aber hier dann schon etwas mehr. Auch wenn es natürlich sehr convenient ist, aber es macht schon mehr Sinn. Tja, ich finde übrigens geil, wie Luna das Ganze beobachtet und Was machst du denn, Usagi? Ja, aber plötzlich rennt Tuxedo Mask wieder weg. Weißt du, warum? Ist es, weil er Luna gesehen hat? Äh, warte mal, ich hab die Szene gesehen und hab gedacht, ja, doch, macht Sinn. Ja, hat Luna gesehen. Na, okay. Finde ich trotzdem ein bisschen komisch, aber gut. Ja, Luna, er weiß, dass Luna weiß, dass er Usagi beim Verwandeln gesehen hat. Mhm. Also er geht dann stiften und dann haben wir, also Rey und Armi, die ja immer noch ihren Job machen, statt zu tanzen, folgen Princess D. Und bei Princess D ist, also Princess D ist jetzt in so einem Zimmer mit einer anderen Frau, die sich gerade offenbart als, äh, sie ist gar keine Frau. Ja, also Princess D hat halt ihre Küste dabei mit dem Startschatz und ist halt so ein bisschen traurig, weil, ja, niemand interessiert sich für mich, alle wollen nur diesen Schatz sehen. Und dann sagt die Frau plötzlich so ganz creepy, ja, du bist nutzlos, niemand interessiert sich für dich. Und sie ist Nephrite. Super cool. Ja. Nephrite hat sich einfach mal als Frau verwandelt. Ich finde das voll cool, weil das eigentlich, ja, im 90er-Animator hat das ja nur Zoyseid mal gemacht, aber hier macht's auch Nephrite einfach mal. Ja, kann man ja machen. So, und dann wird Prinz, dann ergreift der Besitz von Princess D, inzwischen kommen auch Armi und Rey reingerannt, sehen das und verwandeln sich und Princess D schnappt sich jetzt die Kiste und geht stiften und will den magischen Silberkristall dem großen Herrscher übergeben. Genau, die ist jetzt besessen. Was ein bisschen ungünstig ist. Ähm, sie läuft dann zufällig ausgerechnet Usagi in die Arme, die sie noch aufhalten will und dann wird Usagi vom Balkon geschwubst. No, aber Taxidomask, der jetzt ein Cape hat, also der hat sich extra für die Rettungsaktion, hat er sich jetzt noch sein Cape von der Garderobe geholt. Deshalb ist der so plötzlich weggerannt, der muss sein Cape holen. Ja, wahrscheinlich hat er sich gedacht, so, oh man, jetzt hab ich das Cape vergessen. Und dann ist er schnell zu seinem Auto gerannt. Ja, der hat Luna gesehen und hat gedacht, oh Gott, das gibt Ärger, ich muss was Cape holen. Sonst bin ich ja verwundbar. Stimmt, das unzerstörbare Cape, bei dem wir schützen. Sehr gut. Usagi stürzt vom Balkon, Taxidomask hält sie fest, kann sich selbst auch nur noch mit einer Hand festhalten und rutscht langsam ab. Da kommt Luna die Idee, ey, nimm doch den Füller. Ja, das war im 90er Anime auch, oder hatte sie den Schirm da schon? Da wirft Luna ihr den Schirm zu. Ach so, ja, hier hat der Füller nämlich noch eine andere Funktion. Der Füller kann sich nämlich auch in Gefülltzeug verwandeln, leider wird das nur einmal benutzt. Das ist wieder so eine fatale Möglichkeit. Warum benutzt man diesen Füller nicht öfter und verwandelt den Füller in irgendwas? Ja, ich find's auch so, Usagi hat sich hier halt gedacht, ich mach mal einen auf She-Ra und sage, Füller zu Schirm. Stimmt. Genau, also der Füller wird ein Schirm und das ist physikalisch natürlich dämlich, aber hey, sie macht einen auf Mary Poppins. Ach, kommt, das Peet kann das auch. Sie macht einen auf Mary Poppins und schwebt dann, also vor allem beide hängen da dran und schweben mit dem Schirm so auf den Boden. Natürlich, aber es ist ein magischer Schirm. Genau, Kinder, versucht das bitte nicht zu Hause. Das können nur magische Schirme. Ja, also sie landet sicher auf dem Boden und Luna merkt dann an, ey, wir sind hier noch nicht fertig, verwandel dich doch mal. Ja, alles klar, macht sie. Taxidomaske ist irgendwie weg, also er ist irgendwie abgehauen danach. Also sie verwandelt sich jetzt nicht direkt vor seinen Augen, obwohl er sowieso schon Bescheid weiß, aber... Das weiß sie ja nicht. So, und dann nach der Verwandlung denkt sie sich kurz, oh scheiße, ich hab ja gar kein Diadem mehr. Ja, denn, und das vergesse ich jedes Mal wieder, weil sie sagt, das Diadem ist im letzten Kampf verbrannt. Ich vergesse jedes Mal wieder, warum, aber ja klar, weil sie hatte das ja zum Fesseln von Jedi benutzt und dann wurde quasi Jedi mitsamt dem Diadem gegrillt und das ist jetzt verbrannt. Naja, und wir wissen ja, was mit Gold passiert, wenn es von so einem 10.000 Grad heißen Feuerball getroffen wird. Ja, das schmilzt. Ich würde sogar, bei 10.000 Grad könnte, glaube ich, sogar Gold schon verdampft. Tja, wir wissen ja nicht, aus was das Diadem überhaupt ist, aber ja, die 10.000 Grad natürlich, ne, die überhaupt nicht übertrieben sind oder so. Ach gut, das war ja auch nicht die Fire Soul, ne? Ja, stimmt. Außerdem stand das nur in dem 91er Anime-Album. Naja, also sie kriegt aber einfach ein neues Diadem. Genau, aber ich finde, es ist hübscher. Ja, es hat so ein Herz da dran und da steckt der Stein drin, auch ganz okay. Also es hat halt so ein bisschen mehr Muster, es ist hübsch. Ja, und dann, ich weiß auch nicht, dann kommt irgendwie so eine Art Schatten von Nephrite, so ein größerer Schatten-Dingens. Ja, der kommt aus Princess Di raus. Genau, und Mars und Mercury machen ihre Attacken, aber bringt alles nichts. Und dann sagt Taxidomask, ja, das Licht kann man nur, äh, den Schatten kann man nur mit Licht vernichten. Und dann sagt Luna, ey, dein neues Diadem hat übrigens eine neue Funktion, ich weiß zwar auch nicht, woher ich das weiß, aber du kannst darin Mondlicht sammeln. Kleine Korrektur, sie machen ihre Attacken eben nicht, weil sie ja dann Princess Di verletzen würden. Echt? Ich dachte, die machen das, oder war es vielleicht im Manga? Achso, doch, naja, stimmt, hast recht, äh, Mars wirft einen Feuerball auf den, auf den Schatten. Ja, aber also der Schatten ist ja über Princess Di, aber bringt halt dann nix. Ja, und dann, äh, kommt eine neue Attacke, hat die im Original einen Namen? Tatsächlich nicht, und es ist total strange, ich verstehe nicht, warum nicht. Weil ich hab, ich hab mir hier aufgeschrieben, Moon Twilight Flash, Fragezeichen. Ja, also es ist nämlich so, im Manga heißt diese neue Attacke jetzt Moon Twilight Flash. Ach wirklich, okay, ich kannte die sonst nur aus PGSM gerade. Äh, nee, nee, im Manga heißt sie so. Aber in Crystal, aus irgendwelchen Gründen sagt sie da einfach nur zu Keni Kawate Oshio Kyo. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Ja, ich glaub... Das strange ist, ich hab zufällig einen Clip vom englischen Dub gefunden, da sagt sie Moon Twilight Flash. Warum? Warum kann man... Warum sagt man denn hier nicht Moon Twilight Flash? Also nicht schon im Original? Ich versteh's nicht, es ist doch ein cooler Name. Also, warum? Naja, vielleicht haben sie sich gedacht, die Attacke kommt nicht so oft vor, da wollen wir die Leute jetzt nicht mit überfordern. Ja, wahrscheinlich. Ich glaub, das ist auch das einzige Mal, dass sie die macht, oder? Ähm, ich glaube schon, weil dieses Diadem ist ja, weiß ich noch, ist recht bald auch wieder weg, deswegen. Ja, aber ich finde das voll cool, also sie sammelt so das Mondlicht in einem Stein und dann will... es ist quasi der Crescent Beam, also es schießt so wie der Halbmondstrahl da raus, so ein Lichtstrahl einfach und dann ist der Schatten von Efride weg. Genau, und dann zeigen sich nochmal die... alle vier Shitenno und bitten aber nicht zum Tanz, sondern sagen nur, hallo, wir sind da, wir sind Feinde, tschüss. Ja, genau. Wow! Und dann gibt's noch eine Abschlussszene, die sehr interessant ist. Bist du schon bei Tuxedo Mask? Mhm. Okay, ich wär jetzt noch bei Princess Dee, die ihre Brille sucht und wir sehen, dass sie gar nicht so komisch aussieht ohne Brille, sondern voll hübsch ist. Ja, also, wie gesagt, oder ich glaube, wir haben das gar nicht gesagt, sie hat ja diese Wirbelbrille wie Omino und ja, das ist halt so dieser typische Running Gag, den gibt's auch in Sailor V-Manga. Sie verliert die Brille und sieht ohne Brille furchtbar hübsch aus. Und dann fragen die sich halt, ob Omino wohl auch so aussieht. Eben nicht! Nicht? Nicht? Im Deutschen nicht? Im Deutschen sagen sie diesen völlig komischen Satz, ob Omino uns ohne Brille wohl auch übersehen würde? Ich glaube eher nicht. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nein. Macht's auch nicht. Nee, also im Japanischen sagen die, ob Omino ohne seine Brille wohl auch so aussieht und dann so, nee, bestimmt nicht. Ich bin mir auch ganz sicher, dass sie es im Manga auch so sagen, weil ich kenne die Szene, aber im Crystal anscheinend nicht. Strange. Dann wird noch der Startschatz präsentiert, der natürlich nicht der Silberkristall ist und dann kommen wir zu der Szene, die du meintest. Genau, also Mamoru, äh nee, Quatsch, Osagi, sie ist nicht betrunken, sie ist nur müde, oder? Nee, sie ist nur müde und vor allem sie ist Sailor Moon. Ja, stimmt, stimmt. Sie ist immer noch Sailor Moon, sie ist sehr müde und legt sich so auf eine Bank. Und dann kommt Taxidomask an und küsst sie einfach mal. Also ich glaube, sie schläft noch nicht ganz, aber das ist jetzt nicht so ganz einvernehmlich, mein Lieber. Was Luna ja auch sofort anmerkt. Ja, Luna schreitet ein und sagt, boah, lass doch deine Finger von ihr. Wer bist du überhaupt? Was willst du überhaupt? Bist du Freund oder Feind? Naja, da wir dasselbe suchen, bin ich vielleicht ein Feind. Und tschüss. Genau, und dieser unheilvolle Satz wird dann noch abschließend von Makoto kommentiert, gewissermaßen. Sie ist natürlich nicht dabei, aber wir sehen eine Abschlussszene mit Makoto, die sagt, Ein Sturm zieht auf. Ja. Ich glaube, wir haben es eh schon mal angemerkt. Dieses Im-Schlaf-Küssen gibt es bei Sailor Moon ja öfter. Und ich glaube, das ist eine Anspielung auf die mythische Sage von der Mondgöttin Selene und dem Erden, nicht Prinzen, aber irgendein Typ auf der Erde namens Endymion. Ein Hirte. Ja, ich glaube, manchmal ist er auch ein König in manchen Versionen. Der ist, ja, der wurde von Zeus in so einen ewigen Schlaf gelegt und dann kommt Selene jede Nacht und versucht, ihn wach zu küssen oder küsst ihn auch in manchen Versionen einfach so. Und die beiden haben 50 Kinder, also bleibt es nicht beim Küssen. Also in manchen Versionen. Mythologie ist strange. Okay. Gibt es hier auch noch krasse Manga-Unterschiede? Ich glaube, einen ganz wichtigen, ne? Ja, es gibt noch ein paar. Im Manga ist es, glaube ich, nur das Königreich D, also nur der Buchstabe D und nicht das Diamantenkönigreich. Äh, dann, sie ziehen hier auch nochmal diesen Haruda-Witz durch diesen Frühlingsrollen-Witz, weil Naru sie nochmal so nennt. Ja, der Witz ist halt so Bombe, den muss man halt nochmal bringen. Ja, aber ich finde es halt krass, also in Crystal wird es halt nur einmal erwähnt, aber im Manga ist es jetzt schon das dritte Mal. Und auch dieser Luna-ist-Schwer-Witz, den gibt es ja auch nochmal. Ich glaube, den gibt es ein paar Mal im Manga. Ja, zumindest ist es hier schon das zweite Mal. Dann, ja, wie gesagt, dieser Marathon-Läuferin-Dings kam nicht vor. Sie hat wieder kurz die Maske auf, aber schmeißt sie sofort weg. Aber ich glaube, das werde ich jetzt nicht immer noch dazu sagen. Genau, dann hatten wir Moon Twilight Flash. Dann ist im Manga auch tatsächlich eine Vorstellung, wie Umi no ohne Maske aussehen könnte. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt, aber... Ja, Naoko Takeuchi hat auch tatsächlich mal gesagt, sie glaubt auch, dass Umi no ohne Maske gut aussieht. Also, im Manga haben wir dann ein Bild, wie das so ungefähr sein könnte. Hm. Okay, was haben wir noch? Im Manga ist sie tatsächlich betrunken. Das hatte ich auch voll vergessen. Ich dachte, das war nur im 90er-Anime. Ja, gut, das ist halt so eine Sache, das kannst du heute einfach nicht mehr machen, wenn du willst, dass du eine entsprechende Altersfreigabe bekommst. Dann darfst du Jugendliche keinen Alkohol trinken lassen. Ja, okay, vielleicht. Also, da, ja, wie im 90er-Anime, sie denkt halt, es ist Saft und wird dann so ein bisschen betrunken. Und es macht dann aber auch irgendwie mehr Sinn, warum sie so müde plötzlich ist. Warum sie so neben sich steht. Genau, dann, ja, gibt's die Makoto-Vorahnung auch hier. Ich glaub, ansonsten gab's die Vorahnungen nämlich gar nicht im Manga. Und ich bin hier gar nicht sicher, ob Nephrite auch gekostdressed hat oder sich halt in eine Frau verwandelt hat. Nein, hat er nicht. Ich hab's grad nochmal nachgeschaut. Ja, also, ich finde das Ganze ist im Manga ein bisschen komisch. Also, anscheinend war diese Frau ein richtiger Dämon. Oder zumindest besessen. Also, so wie nachher Prinzessin die besessen ist, war halt vorher die Frau besessen. Ja, ich glaub, man sieht aber im Dark Kingdom so eine... Da liegt halt wirklich so eine Art Brandleiche oder halt so eine creepige Leiche. Und ich glaub, die erweckt er halt dann zu diesem Dämon. Und dann, als aber Prinzessin die besessen ist, kommt aber dann trotzdem Nephrites Schatten aus ihr raus. Was halt ein bisschen komisch ist, aber... Ja, ich nehme mal an, also ich hab das so verstanden, dass er von ihr Besitz ergriffen hat schon, aber eben vorher nicht selber diese Frau war. Ja, ich glaub, so wird's gemeint sein. Okay. Ja. Dann kommen wir doch mal zur Bewertung. Also, ich find die Folge zwar sehr cool, aber ich geb ihr dann... Sie ist jetzt eher so der Crystal-Standard, würde ich sagen. Äh, das heißt? Das heißt zwei von drei. Ach so. Ja, ich hab ihr jetzt nur einen Punkt gegeben, was immer noch gut ist. Äh, also ich find die Folge auch sehr cool, allerdings ist sie halt wirklich ziemlich unnötig, bis auf den Kuss vielleicht, aber selbst der ist eigentlich unnötig. Also so unfassbar krass wie jetzt die wichtigen Folgen find ich sie nicht. Ja, sie ist halt eine Filler-Folge, aber wie gesagt, also ich find sie ist ganz angenehm, die zu schauen und so weiter. Ich find sie nicht unterdurchschnittlich, sie ist so im Mittel. Also, ich glaube, ich fürchte, am Ende wird's auch rauskommen, dass ich keiner einzigen Folge nur einen Punkt gebe und die Bezeichnung Durchschnitt damit völlig ad absurdum geführt wird. Das, also, das glaub ich aber eben auch, dass halt eigentlich keine Folge unterdurchschnittlich ist. Deshalb hab ich's hier mal dieser Folge gegeben. Ich find's aber auch echt schön, dass wir hier überhaupt diese kleine Folge haben mit dem Trio. Also, ich find das besser, als wenn ihr dann so zack, zack gleich beim nächsten Mal Makoto gekommen wär. Also, das find ich schon ganz schön. Dass wir so eine kleine Atempause haben. Kann es eigentlich sein, dass, obwohl sie nur zu dritt sind, Armi in dieser Folge keinen einzigen Satz sagt? Puh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hab irgendwie gerade so, wenn ich nochmal drüber nachdenke, das Gefühl, Armi ist zwar immer dabei, sagt aber irgendwie, na doch, in der Spielhalle spricht sie mal. Okay. Nehmen wir alles zurück. Ja, also, die Mädels haben hier leider auch keine große Rolle. Es geht ja halt mehr um Musagi und Taxidomask, aber immerhin haben wir halt noch noch so eine Folge mit den dreien, bevor halt dann Makoto schon dazukommt. Wobei ich ja dies, also ich fand ja im 90er-Anime warte ich ja immer so, so, oh, bitte lass endlich Makoto dazukommen. Ich hab keinen Bock mehr auf Rei. Hier hätte ich gedacht, ach ja, noch ein bisschen mehr, nur die drei, wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ja, das finde ich auch. Also, ich finde halt auch, der Crystal ist eigentlich schon zu schnell mit der Handlung. Also, ich bin zwar auch kein Freund von so richtigen Filler-Folgen, aber so ein bisschen mehr die Charaktere kennenlernen, wäre cool gewesen. Allerdings muss man halt auch bedenken, bei Anime ist es halt üblich, dass man entweder so 12, 13 Folgen macht oder dann gleich schon 24, 26. Und ich glaube, so mit 24 Folgen wäre es dann doch irgendwie eine Staffel ein bisschen zu lang geworden. Hätte man sich auf das Doppelte aufblähen müssen, das wäre zu viel gewesen. Ja, oder man hätte halt noch was Neues dazu erfinden wollen, aber das hätte halt dann bestimmt Naoko nicht gewollt und es geht hier eigentlich ja um eine relativ genaue Umsetzung des Mangas. Jo, ähm, wer ist denn dein Win der Folge? Ich hätte zwei Kandidaten, einmal Usagi, auch wenn sie jetzt gar nichts so krasses gemacht hat, oder Luna, dafür, dass sie nützlich ist mit diesem Füller-Tipp, also gesagt hat, ey, der ist ein Regenschirm, und halt auch, dass sie Taxidomask da so ein bisschen in die Schranken weist am Ende. Hm, das war auch mein erster Gedanke, und dann habe ich gedacht, ach nee, Rey. Ja, Rey ist auch echt süß, aber ich glaube, ich würde den Win hier Luna geben. Hm, okay. Wer ist dein Fail der Folge? Ja, natürlich, wenn Moro der Usagi im Schlaf küsst, oder halt während sie betrunken ist. Ich meine, natürlich wirkt das nicht so schlimm, weil sie das ja auch möchte, aber es ist halt jetzt nicht ganz so einvernehmlich. Also, da sie jetzt nicht ganz bei sich war, finde ich das schon eigentlich nicht okay. Ja, was heißt, sie möchte das? Sie kann im Moment gar nicht möchten, deswegen... Ja, eben, sie ist halt gerade nicht so bei sich, deshalb kann sie halt nicht sagen, ja, ich bin einverstanden. Okay, ich habe aber auch noch die Idee, ne, right? Und warum? Ich meine, wir wissen, das Ding ist sowieso nicht der Silberkristall, aber er lässt sich schon ganz schön lange Zeit, bevor er mal rauskommt und sich das Ding schnappt. Er hätte ja auch einfach in der Frauengestalt sich die Kiste schnappen können und sagen, jo, tschüss, Teleport weg. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Also, ich verstehe auch nicht, warum er dann überhaupt irgendwie Besitz von Prinzess D ergriffen hat. Er hätte ja einfach sie irgendwie lahmlegen können und einfach in die Kiste reinschauen und dann hätte er sowieso gleich gesehen, ach Mist, ist gar nicht der Silberkristall. Ja, Begründung natürlich, weil im Manga ist er persönlich nicht da. Ja, stimmt. Aber ja, ein bisschen komisch ist es schon. Okay. Ja, dann war es das mit dieser Folge. Ich weiß gar nicht, sollen wir dann beim nächsten Mal eine oder zwei Folgen machen? Ich muss gerade mal überlegen, also die nächste ist klar, ist die Makoto-Folge, da weiß ich ungefähr, was passiert. Was kommt denn danach? Also auf jeden Fall nicht Minako, ich glaube, das ist... Das weiß ich, die brauchen nämlich ein bisschen. Also ich glaube, da kommen dann noch diese zwei Folgen über Mamoru. Ich glaube, eine heißt Taxidomask und eine heißt Mamoru. Ach ja, die geilen Kapitelnamen. Ja, ähm, ne, da kannst du, glaube ich, ruhig zwei ankündigen. Okay, dann also versuchen wir das nächste Mal nochmal mit zwei. Ja, also heute ist es ein bisschen länger geworden wieder, aber ich glaube, das kriegen wir hin mit zwei Folgen. Ja, ich glaube, das geht schon. Genau, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was ihr von den Wins und Fails haltet oder was euch sonst noch so einfällt. Und da muss ich mir jetzt ein Schlusswort ausdenken. Genau, und ich sage schon mal... Ciao, ciao. Wenn eine sehr besondere Austauschschülerin Anusagis Schule kommt, es Blüten und Blitze regnen wird und der Wahn um den Silberkristall ausbricht. Tsuki no Hikari wa Ai no Message.